hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge civilization 6 ich habe leider einen kleinen fehler gehabt oder fehler gemacht ich habe nicht darauf geachtet wie voll oder leer meine festplatte ist schrägstrich war und dementsprechend war dann irgendwie die datei corrupted und ich habe halt schon weiter gespielt gehabt deswegen ganz kurze erklärung was passiert es ist glücklicherweise nicht so viel ich meine in der folge ist das barbaren camp hier oben haben wir es ausgelöscht und wir sind gerade dabei hier unten das anzugreifen das hat eigentlich die meiste zeit gedauert ansonsten habe ich ein handwerker gekauft und habe zwei modernisierungen hier gemacht das einmal der bauernhof beim reis und die der vielstall bei den schafen als nächstes gehen wir dann hier zum korn und bauen dann einen bauernhof und später werde ich dann hier oben noch was modernisieren ja das war sie der das ist eigentlich großartig passiert hier ist nicht großartig weil da was passt was geschehen also die stadt ist nicht hat sich nicht entwickelt das ist in der nächsten runde der fall allerdings haben wir einen großen propheten bekommen den ich quasi ja auf meine meine religions mein mein religionsbezirk gesetzt habe und mit dem gründen wir gleich eine religion und wir haben einen gesandten hierhin geschickt und mit den stadtstaaten ist es ganz cool mittlerweile dass es hier basiert auf gesandte und wir auch sehen wer durch durch welche zivilisation dieser stadt stadt beeinflusst wird aktuell sind das zwei stadt zwei zivilisationen neben uns ist das noch eine weitere und zwar ein unbekannter spieler ein uns noch unbekannter spieler kann man sagen und ja das vielleicht kurz dazu ansonsten gründen wir jetzt die religion so wir greifen weiter hier unten an den werde ich mal auf auf sich heilen lassen und wir können eine weitere ausrichtung wählen 17 runden dauert das ne das ist natürlich auch echt ein hartes ding finde ich prinzipiell ja cool wenn wir die politische philosophie wählen haben wir zugang zur autokratie zur oligarchie oder zur klassischen republik können also unsere politik ein bisschen anpassen oder wir nehmen die drei runden für die militär traditionen bekommen wir gehen auf politische philosophie eine religion gründen katholizismus buddhismus sind musikismus individuelle religionen können wir wählen sarathuismus hinduismus was wählen wir denn für unsere könnten ganz klassisch orthodox wählen oder den sikhismus sick sick aber so nennt man das auch interessant sarathuismus ein bonus oder sowas gibt es übrigens nicht beziehungsweise verschiedene boni der einzelnen religionen der protestantismus der die religion der heiligen krabbe gründet oder wir könnten die religion der heiligen krabbe gründen ja wenn ihr mal die religion der heiligen krabbe holy crap der krabbe krabbismus ja warum nicht so erster glaubenssatz religiöse gemeinschaft schreiner und tempel bringen je ein wohnraum zenn meditation annehmlichkeiten entsteht mit zwei spezialbezirken religiöse schreine wäldern speisung schreiner und nahrung schreiner und tempel bringen nahrung gleich ihrem glaubens ertrag gebäude im theaterplatz bezirk und campus können mit glauben gekauft werden oder haben plus ein prozent produktion pro anhänger religiöse bringen dreifache erträge sowohl für glauben als auch für tourismus da ich nicht weiß wie ob wir an religiöse kommen würde ich den glaubenssatz erstmal nicht nehmen ich würde einfach sagen gut wir nehmen glauben wir nehmen die religiöse gemeinschaft die religiöse ausbreitung durch druck von benachbarten städten ist 25 prozent stärker wird auf 50 prozent erhöht werden druck erforscht wurde die religiöse ausbreitung durch druck von benachbarten städten ist 25 prozent stärker wird auf 50 prozent erhöht werden druck erforscht wurde wir nehmen schrift so gründen wir wollen erstmal eine verbreiterung haben missionare können bürger zu ihrer religion konvertieren ihr müsst ein tempel in einheitlich stellbezirk amapostel zu kaufen und religion muss ein apostel ausgegeben werden um die inquisition einzuleiten bevor sie inquisitoren kauft sie werden dann in einer stadt mit einem tempel gekauft sehr schön okay nächste runde schon wieder jemand da hat schon wieder jemanden wundervoll endet ach guck mal hier ist ein lissabon jetzt hat er selber gekillt das hat natürlich sinn gemacht so ein bauernhof der baut auch nicht mehr 20 million jahre sondern er haut einmal auf dem boden und dann dann war es das dann steht der bauernhof kann man sagen ich kann übrigens wieder die abtrag symbolärme ausmachen sieht schöner aus ne habe ich auch nur 25 folgen für gebraucht da ist das schiff dieses böse schiff was mich vorhin angegriffen hat hat mir einen bogenschützen weg gehauen griechenland ist von der antike zur klassik fortgeschritten was das finde ich jetzt aber nicht so witzig wir haben die mathematik beziehungsweise kriegen einen bonus auf mathematik schicken wir dich mal zurück hier nach novgorod ein orakel oder ein lager ähm oder eine bibliothek bringt uns wissenschaft ok wir bauen ein lager so nächste runde du benötigst befehle du kommst hier mal zurück ok nächste runde der händler ist bald durch das kleine boot an der küste bleibt st petersburg haben die auch schon glauben gegründet haben sie plus zwei glauben wir nehmen erstmal den weg nach st petersburg dieser handelsweg wird unserer zivilisation nicht nur reichtum bringen sondern auch allmählich straßen zwischen unseren städten entwickeln straßen ermöglichen es unseren einheiten sich unbehindert durch schwieriges gelände bewegen zu können ach ja straßen baut man ja auch nicht mehr sondern die werden quasi getrampelt große schiffe fahren weit das kleine boot an der küste bleibt ok dann forschen wir mal die währung oder reiterei nehmen wir die reiterei so hier oben bauen wir nochmal eine levra hin das hier scheint mir fast schon der perfekte ort zu sein oder hier oben guck mal plus vier kriegen wir dadurch einen angrenzenden naturwunder hier hier bei jennaw torwunder ist gut next round ah guck mal wer da ist cesare es ist eine ehre euch kennenzulernen wir würden uns freuen eure gastfreundschaft in anspruch zu nehmen sehr schön so ich würde jetzt mal beim griechischen reich auch sagen dass ich in der delegation schicke lehnt ihr ab du bist ja ein arsch du bist ja ein arsch der mag es sehr gut so offene grenzen warum nicht ein freund von niemandem als anderen als ich selbst ok na gut machen wir da aus hier dann war es das glaube ich schon für die heutige für die für den für diese runde machen wir weiter gehen wir mal in die nächste euer abgeordneter was sie hat als was wichtiges erfahren rum hat gerade eine fremde delegation erfangen sie scheint aus russland zu stammen ja das ist ja unsere oder ist es noch ein anderer russe glaube nicht dass da jetzt irgendwie eines was ist mit dem händler wenn ich den kauf jetzt 120 so 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 komm mal weiter was kann ich eigentlich hier machen mit den einen Sumpf landen. Müssen wir da auch irgendwas bringen. Na toll. Das war mein Speer. Ärgerlich. Meine Güte. Es nervt mich gerade so ein bisschen, dass ich so unfassbar blind bin. So, ich würde jetzt ganz gerne einen Speer mir kaufen. Der soll mir doch nach unten gehen, weil ich will wissen, wie das mit dem Eisen da jetzt ausschaut. Eigentlich würde ich mir einen... Anstatt dem Lager würde ich mir eigentlich einen Siedler holen. Na egal, machen wir danach. Nein, nicht verschanzen. Du sollst dich heilen. So. Du ebenfalls. Nächste Runde. Oh, ein Aufgerutsch, der wächst auch bald. Da unten ist nämlich, glaube ich, noch ein Lager. Ja, das können wir angreifen. Machen wir das mal. Ah. Ich dachte, der könnte schon da hinschießen. So. Nächste Runde. Offene Grenzen. Na gut. Auch wenn ich dir ein bisschen misstraue, aber du hast einmal auf die Finger bekommen, das kriegen wir auch nochmal hin. Zur Not. No. Was ist jetzt passiert? Mehr Wohnraum benötigt. Ah. Ich verstehe. Kriegen wir schon bald hin. Na, schau mal an. Da haben wir doch was. Oh, guck mal. Die erste Straße ist gebaut. Da sind Rehe. Da sind Rehe. Noch mehr Wohnraum brauchen wir. Wo ist denn unser Handwerker? Bin ich jetzt blöd? Ich finde den Handwerker nicht mehr wieder. Sehr komisch. Egal. Wird schon seine Richtigkeit haben. Ein unbekannter Spieler wurde besiegt. Oh oh. Da haben sich Leute auf den Kopf gekloppt. Da hat sich wohl jemand nicht so gut verstanden. So. Gab mal den Barban hier noch an. Und tschüss. Das ist er gewesen. Ja, du kannst nochmal automatisch erkunden gehen. Insbesondere interessiert mich das natürlich da hinten. Was da los ist. Geh bloß weg da. Geh Passa. Okay. Aber ich würde sagen, das war es für die heutige Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Rio. Ciao.